Wir kommen zurück zu Let's Play Night Sky und mir fällt da gerade auf ja bla bla hier wird es bestimmt kein nein das ist klar, dass es hier keinen von diesen dämlichen Sternen gibt aber in den Harara Mountains gab es einen, nämlich in diesem Level und soweit ich denke war das an dieser Stelle die ich nach all der Zeit natürlich immer noch nicht schaffe so geil das auch wäre Tja das ist jetzt irgendwie blöd hm tja die Frage ist wie soll das sonst gehen ähm hmmm ja dann würde ich sagen äh machen wir dieses Level wann anders und suchen uns ein anderes Level an dem es auch ein Sternetier gibt es auch einen Stern ähm die Frage ist wo befindet sich der Stern ich würde mal nicht schätzen dass er sich hier so gleich am Anfang befindet wir schauen uns mal das Level an und suchen nach potenziellen Plätzen wo das sein könnte das war es schon okay also muss er sich wohl doch hier am Anfang befinden oder wo sollen aha also ist er auf solche Arten versteckt Schauen wir doch mal befindet sich so ein Punkt hier ja auch irgendwo nicht dass ich einen gesehen hätte hm hm ne naja dann suchen wir erstmal weiterhin die anderen Level gut damit jetzt gibt es hier keine weiteren Sterne gibt es hier hier gibt es noch einen Stern aber wo soll es hier bitte einen Stern geben ist natürlich dann auch wiederum die Frage da gibt es keinen ah ich sehe da schon was wo es einen geben könnte nicht da so und nein ja doch da ist ein Stern drin wundervoll damit haben wir hier einen Stern dann müssen wir hier noch den Stern finden ja aber klar so am Anfang wäre ja irgendwie auch zu einfach hier ist er nicht dann vielleicht hier nicht nein schade hm wo dann das ist jetzt eine Frage das ist ja so dreist versteckt dass man hier irgendwie ne glaube ich nicht hier war er auch nirgends ich glaube ich sehe da etwas aha gut dann hier gibt es keine mehr die alten Ruinen da gibt es gleich im ersten Level einen Stern der wird doch wohl nicht so einfach hier unten drunter versteckt sein das wäre leicht lernweilig aber ich muss alles nein gut hier wird er auch nirgends sein da hm das ist jetzt schade tja das ist mir ein echtes Rätsel aha da habe ich doch was gesehen da habe ich doch was gesehen da haben wir schon wieder einen Stern mehr keine Sterne mehr tja hier gibt es angeblich noch einen Stern dann suchen wir den doch einmal vielleicht braucht man dafür ah Moment so da muss ich jetzt irgendwie hochkommen da muss ich irgendwie hochkommen da muss ich irgendwie hochkommen da war der Stern da gibt es noch einen Stern ich hätte da schon eine Idee wo er sein oh das ist natürlich nicht gut ich habe da schon so eine Idee wo er sein könnte oh nämlich wenn ich das da dazu ne da ist nämlich ein Gang das sieht man wenn man sehr genau drauf achtet das war so klar hopp ich rolle immer in die falsche Richtung hm Mist nein ich wollte da bleiben ja da muss ich jetzt nur noch einmal wieder hochkommen nein damit genau da jetzt weitere Sterne hier ist noch einer okay Moment da sehe ich gleich zu Beginn etwas wo er sein könnte und auch ist ja ja die Sterne sind zum Teil schon relativ leicht versteckt so weit im Sternenland gibt es keinen Stern hier gibt es noch einen okay also hier sehe ich auf Anhieb jetzt nichts wo er Stern oh warte mal mir kommt da gerade eine Idee was ich mal versuchen könnte was passiert wenn ich den einfach mitnehme was passiert wenn ich den einfach mitnehme ich habe keinen blassen Dunst wo hier etwas sein könnte muss ich ehrlich sagen jetzt ist es natürlich auch schon zu spät um hm hm tja ja ja hm Hm, das ist jetzt schwierig, wenn man auch hiermit nicht hochkommt. Hier sehe ich auch keinerlei Möglichkeit für einen Geheimausgang. Na ja, dann würde ich sagen, äh, Felder, schauen wir mal neben dem, ob es hier noch was anderes gibt. Nein, dann schauen wir weiter. Hier gibt es noch einen, auch der war nice. Da sehe ich auch schon eine Sache, wo er eventuell sein könnte. Hier, stark. Mhm, hier noch ein Geheimgang. Ja, nice. Wo? Wo? Hier anscheinend ja nicht. Hm. Wollen wir mal sehen, ob es noch irgendwo... Natürlich, hier. Ist ja klar. Mann, warum kommst du da dann nicht früher drauf? So. Dann gibt es hier noch einen Geheimgang. Vielleicht, wenn man hier unten lang rutscht. Mann. 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 Mann.